Eine Minute Motivation, ich habe immer auf Portugiesisch gemacht, aber jetzt mache ich auf Deutsch, weil Christine, meine gute Freundin, die Schmincke für, gebeten hat. Danke Christine und heute möchte ich über Freundschaft sprechen. Freundschaft ist sehr wichtig, wir müssen unsere Freundschaft pflegen, sie Blumen, ich zum Beispiel habe meine Blumen hier heute, Santaria, meine Rose und wir treffen uns immer, wenn es möglich ist, wir rufen uns an. Also Freundschaft ist wichtig für das Leben, ein Leben ohne Freunde ist wirklich traurig, weil mit Freunden können wir über alles sprechen, auch wenn ihr eine gute Beziehung mit eurem Mann oder Frau oder keine Ahnung habt, es ist sehr wichtig Freundschaft auch zu pflegen. Das war es, schönen Tag, bis bald, ciao, ciao. Das war es, schönen Tag.